Liebe Freunde, liebe Eltern da draußen, liebe Großeltern, liebe Brüder und Schwestern, ich habe hier eine ganz große Bitte an euch. Wir haben ein Urteil bekommen aus Weimar, das ist wirklich unfassbar gut. Und ja, wir sollten das dringend verteilen. Wie machen wir das jetzt am besten? Ganz einfach. Ich möchte, dass ihr alle da draußen Initiative ergreift und das Urteil an jeden Schulleiter, an jede Schule schickt, dass sie dieses Urteil kennen. Denn damit zeigt ihr denen, wenn sie die Kinder nötigen zu etwas, sind sie nachher haftbar zu machen. Ich glaube nämlich, dass dieses Urteil eine Wirkung haben wird insofern, dass es nicht die letzte Klage gewesen sein wird, die man hier gemacht hat. Das ist ein Präzedenzfall, der hier aufgemacht worden ist. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Und der Mainstream wird dieses Urteil nicht verbreiten. Das heißt, wir alle haben jetzt die Aufgabe, diesen Artikel mit diesem Wahnsinnsgerichtsurteil in die Welt rauszubringen. Und ich weiß, wir sind viele. Deswegen teilt dieses Video, teilt dieses Gerichtsurteil, denn es ist wirklich wichtig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.